hallo und willkommen zurück zu Minecraft bevor wir erstmal wieder runter in die Höhle gehen legen wir uns erstmal pennen ist ja schon dunkel und davor versuchen wir noch das Gewächshaus fertig zu bauen soweit es geht und wo ist dieses spinnvieh so nicht bloß in ruhe lassen ich habe gar keinen mehr drauf jetzt sind wir schon mal hier oben drauf sonst Inventar brauchen wir das Glas also schon das Glas ist gleich hier parat so schon einigermaßen Gestalt annimmt ich weiß das wird zwar kein hochmodernes sein aber immerhin sieht es schon etwas anders aus wie euch schon aufgefallen ist habe ich hier auch schon ein Texture Pack wieder genommen und zwar wieder das HD Live ich finde das eigentlich ganz gut es lohnt sich soweit auch also kann ich euch auch nur ans Herz legen und ich glaube schon mal höher ist das Gewächshaus auch gleich optimal hoffentlich geht mir das Glas nicht aus das sieht nämlich schon danach aus ich muss gucken dass ich das so einigermaßen hinkriege ich muss dementsprechend noch fertig sein dass ihr denkt dass ich schiet oder so ich habe die langweiligsten Arbeiten habe ich für euch natürlich offscreen gemacht so wie das Glas herzustellen und 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 damit ihr euch das nicht auch noch antun müsst so dass wir dann halt auch dementsprechend mit dem Bauen gleich weiter loslegen können das meiste ist auch schon gut ausgewachsen jetzt brauchen wir natürlich wieder ein neues Glas jetzt haben wir das erstmal soweit fertig ich hüpfe mal hier runter da wirst du nichts passieren das sieht doch schon geil aus auf jeden Fall dann werden wir uns hier auch gleich noch einen Weg bauen da denke ich dass ich den Zaun hier mittig raus nehme genau oh jetzt wie jetzt habe ich keine Zäune mehr da muss ich noch mal schnell gucken gehen das kann doch gar nicht wahr sein endlich muss ich dann noch welche haben da muss ich echt gucken wie ich das jetzt mache ah was gucke ich denn in der Workbench nach ich muss hinten in der Truhe nachgucken natürlich auch nicht aber hier ist Holz das kann ich ganz gut gebrauchen dann haben wir so ein bisschen Holz damit können wir schon mal ein paar Bretter herstellen und aus den Brettern können wir uns dann natürlich wieder schöne Zaunteile machen so das dürfte reichen so das Ganze erstmal so ich hoffe dass ich da so einiges zusammenkriege 16 Stück werden nicht ganz reichen 16 Stück werden nicht ganz reichen da habe ich so ein bisschen das Gefühl so jetzt haben wir 26 Stück das dürfte eigentlich reichen sagen wir es halt mal so das muss ich doch mal zumindest so wo habe ich den Stein den Stein habe ich hier so jetzt habe ich ja wieder keine Schaufel das ist scheiße das macht gar nichts so damit wir erstmal so eine kleine Orientierung haben wo haben wir den Zaun den haben wir hier genau so genau so machen wir uns hier so einen kleinen Weg genau jawohl dann sieht das Ganze nämlich auch schon mal ein bisschen optischer aus so andere Seite auch nochmal wie das war es jetzt schon wieder oder was gut dann können wir erstmal hier den Weg weiter platzieren ich hoffe dann natürlich mal dass es so schnell geht ich nehme einfach mal die Spitzhacke jetzt für die Erde jetzt den schönen Stein so dann sieht es doch nach was aus wunderbar dann machen wir erstmal so den Rand ja voll geile Sache so langsam kommen wir endlich mal nach den 30 Folgen hier voran davor haben wir ja mit Deutsch ein bisschen rumgealbert was auch scheiße ist das hätten wir vielleicht vorher schon mal so machen sollen damit wir auch einen kleinen Anfang hier haben aber das ist halt dann nun mal so ne können wir halt auch nicht ändern dann ja 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 So, dann haben wir das hier gleich erstmal soweit fertig und wenn wir das haben, dann gehen wir gleich in die Höhle weiter, schachten uns dementsprechend da weiter runter und gucken dann, ob wir da noch was Gutes finden, ich würde ja gerne mal endlich Dias finden. So, dann nehmen wir das ab, dann sieht das auch schon mal besser aus, sieht doch schon geil aus! Hammer! Jawoll! So, ich nehme mal schnell die Spitzhacke in die Hand, dreh mich mal um und dann gucken wir mal, wie das schon aussieht. Das sieht doch schon geil aus! Jawoll! Endlich, endlich, endlich haben wir da wieder ein bisschen was in Aussicht, wir rennen hier mal ein bisschen, weil zu viel Zeit haben wir ja leider auch nicht. Und Spaß macht das ganze ja natürlich auch, das ist ja logisch. Aber vielleicht hätte ich mir ein bisschen was zu fressen mitnehmen sollen, dann ist vielleicht ganz gut gewesen. Ich denke mal, wir schachten uns hier jetzt weiter runter. Eine Höhle in der Höhle, ja, das war auch nicht ganz schlecht, ne? Oder was sagt ihr dazu, wie hättet ihr das gemacht? Schreibt es doch einfach in die Kommentare, ich würde mich drüber freuen. So, jawoll! Und denkt dran, ich habe noch ein anderes Projekt am Laufen mit dem Film HeroTV und das ganze nennt sich Let's Play to Kid on Minecraft Ascensions, wo wir da auch ums Überleben kämpfen und uns unsere kleine Welt aufbauen. Wir, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir euch auch da als Zuschauer begrüßen dürfen, denn wir sind die Himmels. Schaut einfach vorbei! Jawoll! Komm schon, muss man doch mal langsam hier auch verstoßen. Was sehen wir, wenn wir uns sageln? Wie kommt das Schackel drauf? Ich bin eine Schackel dran, wo wir uns nicht verstoßen? Ja! Ah! 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 Ah, cool! Das sieht doch schon mal nach was aus. Über all wo Kohle ist das Lava auch nicht weit entfernt, oder was sind auch die jahres die jahres und eisen ich hoffe es doch mal kohle nehme ich natürlich mit hier auch an den seiten ja das dürfte ja schon die richtige höhe sein ich mach mal eben kurz hier so eine fackel dran und dann schaffen uns mal hier an der seite so durch vielleicht finden wir ja doch so schick ist ich hoffe es ich habe gesagt dass wir uns hier mal ein bisschen weiter hier kommt jetzt kies runter also gehört ist auch nicht verwundet nach oben gucken ach das geht noch hier haben wir jetzt bisher auch nichts gefunden lassen wir dann mal gehen wir mal hier in die seite entlang vielleicht haben wir hier mehr glück und finden vielleicht ein paar dienst ich hoffe es mal also ich hätte es mir eigentlich verdient nein ha 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 gut dass ich noch reserve habe ja schon traurig wenn nicht ich habe hier auch mal ein paar sackeln dran vielleicht können wir uns hier auch bald häuslich niederlassen mit einem bett hier kommt ja gar nichts hier kommt ja gar nichts hier kommt ja gar nichts wie sieht es hier oben aus auf nix schade schade dann ja dann hab ich doch wohl kein glück und dann mache ich hier noch das stück und dann war es das auch schon für diese folge und machen doch hier dann auch glatt weiter in der nächsten ich mache euch eben mal ein bisschen licht so das sammle ich noch ein und dann bleiben wir hier und verweilen erstmal so und sehen uns gleich in der nächsten folge ciao bis